Da hinten sind sie, mit dem Akku gezogen. Einer. Shit. Also mehrere? Ja. Geh bloß rein. Da. War ein Mob. Musst den Hansen noch mal schnell machen. Really? Ja, really. Warum denn nicht? Geh bloß weg hier, die Mobs gehen mir auf den Sack. Da hinten sind Spieler. Wo? Bin ich jetzt allein, Rube? Ne. Da waren noch andere dahinten. Achso, ich hab die gar nicht gesehen. Durch. Durch. Unser Spieler. Ulti gezogen. Warte, ich ziehe auch. Alles gut. Nehmt euch die Zeit auf den Kopf zu ziehen bei Ulti. Das war ein Lied. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Das ist aber kein Mob, sondern das ist Brand-Munition. Ich weiß, ich wollte euch mal die Linkszeichen. Hinter euch rennen sich der Spieler, ne? Wo ist er? Ah, der versucht zu kiten. Scannen ist aktiv. Jetzt liegt Heilung. Weg. Lass mal hinten mit rum. Oh, warte. Wer ist gestorben? Ich, ich, ich. Ja. Komm. Jetzt sind wir grad ein bisschen im Arsch hier. Pass auf, dass er nicht zu viel Geld abkriegt. Ja, wir dürfen übers Haus drehen. Ne, nicht übers. Wir können hier rechts ran. Wobei, eine Heilung habe ich im Weg geschmissen. Warte, ich schmeiß hin. Mal gucken, ob es noch so ein kleiner Klamüster klapperst. Warte mal. Ich kann eigentlich mal gucken, wo die Noobs sind. Hey, es ist der Klamüster. Was ist der Klamüster? Mal weg, mal weg. Mal weg. Mal weg. Mal weg. Mal weg. Was ist denn das? Mal weg. Du hast das? Ja. Na einen noch? Dann lohnt sich das doch. Was ist hier los? Da, hinten. He-he. Ich weh. Aufpassen Nein, das ist fast down Weg Aufpassen Boah, ich krieg die Ladung hier Heilen Ja, aber ich muss jetzt Ulti schmeißen, es ging nicht anders Liegt der Typ jetzt endlich? Komm noch ein bisschen Seine letzte Energieladung von der Links ist raus Heilung Weg ist er Ich bin down Oh, fuck, ich hab's ulti noch gezündet, aber Heilung liegt Achso, da ist der nächste Viel spiel Heilung Bisschen down Fuck, nein Nein, bitte nicht Ja, ist er auch down Oh, Gott Komm, der fällt wie Butter Heilung bei mir Ich komme wieder Das wird ja hier eine richtige Drecksau-Puddy Ach, ich hasse Schock-Turret Ich hab nichts mehr Das war's Scheiße Deng, 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 deng Ah, verdammt Ah, ja Moment, war doch mal ganz gut wieder hier Ja Das hab ich gedacht, sind keine Leute da Da Wir kriegen auf jeden Fall die Anzeige schon Mosse ist auch da Oh, wir haben gleich eine Patrouille, passt auf Nicht so weit rechts laufen Wir können die, glaub ich, hintergehen Ja, da vorne geht's ab Aber das sind wieder unsere Spezies Und die 200 da drin Hm Noch sehen sie uns nicht, aufpassen Jetzt aber Hier als erstes den Typen hier Den Husse, wie der auch immer da heißt Ben Ja, der top Warum kann ich grad nicht zünden? Ist down Jetzt den Hook, immer noch Hook to Ben, bitte Hook to Ben, Hook to Ben ist fast down Ulti Nehmen wir hier ein Was hab ich denn grad gehabt, ne Ladehemmung, oder was? Nehmen wir ja Scann ist raus Komm, Hook to Ben, Hook to Ben, Hook to Ben Ah, meine Ich hab Ulti Kommt von rechts Es gibt noch ein Armstuhl dazu Hook to Ben ist down So, und jetzt diesen Ray Ray, Ray Reed Die kommen wieder Ja, alles gut Hinter dir, hinter dir Puls, Frauen Ganty, verfolgt auch neutraler Ja, nicht unbedingt mich Ja Haha Du kleiner Affe Ich heb dich Ken Oh Really, guy Oh, ich tulde ein Ulti ab Aufpassen Heilung nicht bei mir Bitte, Fokus auf den Manhunt Sehr gut Bin gejobbt Und jetzt, jetzt den Kinslayer Mach Kinslayer einfach Oder wohl Wir können ablaufen Hey Doch Komm hier Wir nutzen die Gelegenheit Dann können wir gleich noch ein paar Killen hier Mach Kinslayer weg Sehr gut Okay Da vorne sind sie Hinter dir 9, 10, 0 4, level 8 Pass auf, Damage, Ulti Auslaufen, auslaufen Nimmt keinen Schaden von denen Ich hab mal gepoppt Jo Laufen, die Lerb müsste gleich ablaufen Ah, jetzt ungefähr Weg Ich hab ein Ulti Ja, ich pop auch mal Hier, der eine, der ist low, sehr low, der 99er Konzentriertes Feuer, los, komm Sehr gut Und jetzt den anderen Easttal, Losttal, wie auch immer Der Typ hier heißt Und weg mit dir So, einer noch Oder Was das Was Ich hab nicht wahr Ja, ja Alles klar Mal eben hier unten durch Ich hab mir schon wieder zu viele Mobs Ich hab gehalten Kommt hier runter Die Mobs sind uns jetzt gerade ein bisschen Ja Keine Bock meine Heilung Meine Heilung zu verberaten Für die Viecher Ich höre immer, ob was poppt Egal Komm mal weg Da schießt was Da sind Spieler Wer kommen die? Ja, hier vorne gleich Die kommen gleich rechts hoch Den abfangen Das Scan geht raus Heilung geht auch raus Oh man Ulti gepoppt Egal Kopfschuss auf den Typen hier Drei Okay Jetzt wird's doof Ich verliere Ich verliere Ich verliere Oh nee Achso, nur ne Nee Jetzt Äh, ich hab Glück Ja Not today Ich komm hinten zur Links gelaufen Mhm Du müsstet hier dann bitte schnell rauskommen Wenn's geht Komme, ich komme Ich bin sofort da Ich hab Ladebildschirm Aber hey, ich bin bei dem anderen gestaut Ich bin auf jeden Fall da, wo du hingelaufen bist Oh shit Ich bin hinter dir Oh shit Ja, ja, dann mach hin Das sind vier Das krieg ich nicht hin Ne, das war's Oh ja, klar Ah, fünf Wie, 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 wo kommen die Ficker denn alle her jedes Mal? Erstes nicht ein Schwein da und dann kommen fünf dreckige Fickfotzen um die Ecke und ach, jetzt ist es ja unlogisch, oh Und du hör auf, so auf Spanisch zu quatschen oder was das für ne dreckige Stimme ist Oh, ne Dicke, die Oh, ich könnte heute Ich geh raus, ahne, nichts Böses Ja, weil ich hier in der Zwischenzeit nur alle weggemacht habe, die Jungen Ja, du hast alle weggemacht, deswegen stand auch noch 18 Leute da Ich hab deine Ehre gerettet Meine Ehre Ich hab ja gar nicht gewusst, dass ihr Schwester und Bruder seid Nö Sie fragen, wer die Schwester und wer der Bruder ist Du bist die Schwester, Mann So, dir rennen drei, vier Blöden Dicke Leid hinter denen her Das ist wieder ein Rook Hey Ich glaub, die wollen Dich Mach doch mal den Lone Gambler weg jetzt hier Lone Gambler mit einer Zwei am Ende Bei mir Er lebt immer noch Das kann's doch nicht sein, Leute Noch kaum mehr Hier steht ja noch gar keiner von euch Ich musste mal ein bisschen nachgehen Endlich Endlich Heilung Komm jetzt her hier, du dreckiger Sausack Was war denn das, bitte? Wo ist der? Ey, was denn? Er sagt nicht töten oder? Also jeder, ohne Scheiß Also den Schaden, den der Typ raushaut, ist ja wunschlich, oder? Der ist doch nicht normal, kannst du mir doch erzählen, was du willst Was? Welche denn von den Tränen? Hier, die, äh, die Tave Force Ich hab'n Overheal drin gehabt und der hat mich weggehauen Womit? So, kann er nicht wahr sein hier In der Fall, den ist noch hinter uns, ne? Ja Ja, ja, lassen wir alles noch nicht mehr rum Ja, ja, keine Ahnung Ich hab's nicht gesehen, also vom Schaden, wenn das real war, würde ich jetzt mal sagen, das war ne... Ja, du, hol ihn nicht rum jetzt, komm raus da wieder und ist gut Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Um Bis zum nächsten Mal.